Sie läuft über uns aus. Junge! Hey, wie schreibt ihr doch alles in die Hand? Ich bin schon rein. Gibt es die Tür zu den Patsplätze? Ja, und was ist die Geschichte? Bereitschaft für den Laden? 3.30 Uhr? 20.30 Uhr? Dann sind sechs Uhr? Ja, dann schauen wir uns um 37. 37 ist 24. Achso, die ist schon das, ja. 37 ist 24. Soll er mit diesem geilen Tarek? 1. 2. Was most? 4. 4. 5. 5. 5. 5. 16.30 Uhr 16.30 Uhr 16.30 Uhr 16.30 Uhr 16.30 Uhr